Liebe Schwestern, liebe Brüder, heute spricht Jesus wie am gestrigen Sonntag des guten Hirten von sich als dem guten Hirten und sagt, ich bin gekommen, damit sie, die mir anvertrauten, die, die zu mir gehören, das Leben haben und es in Fülle haben. So wenig, wie ich mir selbst mein Leben geben kann, so wenig kann ich das Leben der Fülle aus mir selbst heraus erreichen. Das Leben in Fülle, das wahre, das volle Leben, für das Gott uns geschaffen hat, das ist viel, viel mehr als ein aktives Ausleben unserer Möglichkeiten, unserer natürlichen Vitalität. Natürlich ist es schön und kann sogar berauschend sein, die eigenen Möglichkeiten zu entdecken und bis an die Grenzen dessen zu gehen, was mir möglich ist, etwa indem ich einen wirklich hohen Berggipfel besteige und dann die atemberaubende Aussicht genieße. Aber das ist noch nicht das Leben in Fülle. Letzte Woche war ich mit einer kleinen Pilgergruppe in Assisi. Dort sind wir gleich zwei jungen Menschen begegnet, die sehr vital waren und die dann erkannten, dass das noch lange nicht alles ist. Francesco Bernadone war der eine der jungen Menschen. Er stammt aus einer der reichsten Familien der Stadt. Er liebte es, mit seinen Freunden rauschende Partys zu feiern. Er wollte Karriere machen beim Militär und hätte nicht zuletzt wegen der guten Verbindungen seiner Familie sicher die Chance gehabt, Offizier und wohl auch General zu werden. Aber dann wurde er krank und musste seinen Traum aufgeben. Seit langer Zeit betete er das erste Mal wirklich von ganzem Herzen. Das war vor einem Kreuz, das als Ikone gemalt war, in einer ziemlich heruntergekommenen, halb zerfallenen Kirche. Er fragte Jesus, was soll ich tun? Was ist der Sinn meiner Existenz? Warum hast du mich geschaffen? Und er hörte doch die Worte vom Kreuz, Francesco, bau meine Kirche wieder auf, die, wie du siehst, in Trümmern liegt. Francesco krempelte die Ärmel hoch und fing an, die Löcher in den Mauern der Wände dieser kleinen Kirche zu reparieren. Später verstand er den Sinn dieser Worte tiefer, wurde zum Gründer des Franziskanerordens und zu einem der größten Heiligen der Kirche. Heute, 800 Jahre später, gehören zu den drei männlichen Zweigen des Ordens rund 35.000 Mitglieder weltweit. Und dem weiblichen Zweig der Klarissen gehören etwa 5.000 Mitglieder an. Der andere Jugendliche, dem unsere kleine Gruppe dort begegnet ist, er steht uns zeitlich viel näher. Er wurde erst 1991 in London geboren, wo seine Familie damals lebte und wuchs dann in Mailand auf. Carlo Acutis ist sein Name. Er spielte gerne Fußball mit seinen Freunden und hatte einen großen Freundeskreis. Natürlich war er auch digital unterwegs und er kannte die Möglichkeiten des Internets. Im Alter von gerade einmal 13 Jahren baute er eine Homepage, auf der er Informationen über insgesamt 136 eucharistische Wunder sammelte. Heute ist diese Webseite in 19 Sprachen übersetzt und Tausende von Menschen haben sich schon besucht. Später bereitete er drei weitere Homepages zu Fragen des Glaubens vor, die mittlerweile ebenfalls online sind. Carlo Acutis wurde nur 15 Jahre alt. Im Jahr 2006 starb er an Leukämie. Aber er nutzte die Jahre, die Gott ihm geschenkt hat, gut. Kurz vor seinem Tod sagt er, ich bin glücklich zu sterben, weil ich mein Leben gelebt habe, ohne eine Minute auf die Dinge zu verschwenden, die Gott nicht gefallen. Im Jahr 2020 wurde er selig gesprochen und an seinem Grab in Assisi sahen wir viele, gerade junge Familien mit Kindern still beten. Francesco und Carlo haben verstanden, dass das Leben in Fülle viel, viel mehr ist, als das natürliche Leben zu genießen und auszugestalten. Sie haben das Leben in Fülle gefunden und sie dürfen dieses Leben nun bei Jesus und mit ihm und allen Engeln und Heiligen genießen und zwar für immer. Sie haben die Stimme des guten Hirten gehört und sie konnten sie von anderen Stimmen, die sie durchaus auch vernommen hatten, unterscheiden. Gerade indem sie der Stimme Jesu folgten, haben sie eine bemerkenswerte Freiheit erlangt. Sie sind selbst zu Wegweisern, gewissermaßen zu Hirten für andere geworden, die durch Christus die lebendige Türe eben bis heute zu anderen Menschen sprechen. Mögen auch wir das Leben in Fülle finden und anderen helfen, diesen Schatz zu entdecken, das Leben in Freundschaft mit Jesus. Amen.